Kabel kürzen Berlin. Sie haben einen schönen Kronleuchter und da soll die Kabel gekürzt werden? Gar kein Problem, das übernehmen wir gerne für Sie. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Wünschen. Die Kontaktaufnahmemöglichkeiten zu uns finden Sie unterhalb des Videos in der Beschreibung. Jetzt einfach anrufen, denn wir sind unter anderem Ihre Partner für Kabel kürzen Berlin.